willkommen zurück zu ja die letzte folge war sehr gesprächsintensiv und ich denke das wird jetzt auch erstmal so weitergehen weil ja es ist ein komplett neuer abschnitt im spiel da muss natürlich erst mal viel rollenspiel typische elemente dominieren tun egal also uns fehlen noch kallen liliana kohl der keine ahnung wo ist und der dorian der komplett neu ist den kennen wir noch gar nicht also jetzt erst mal den weil wir stehen direkt davor ich weiß wo die ist ich hab dir schon gesehen wo ist der kurz angebunden was der kurz angebunden we set up as best we could it haven but could never prepare for an archdemen or whatever it was with some warning we might have do you ever sleep if karythias strikes again we may not be able to withdraw i wouldn't want to we must be ready work on skyhold is under way guard rotations established we should have everything on course within the week we will not run from here inquisitor how many were lost most of our people made it to skyhold it could have been worse morale was labed is improved greatly since you accepted the role of inquisitor ich hoffe mal das kommt jetzt so sarkastisch rüber wie ich das jetzt auffasse ich wollte gerade sagen schönes holz ja aber andererseits das passt natürlich auch zu dem charakter so ja ich finde alles drei irgendwie praktisch passend passend praktisch in dem fall würde ich mal sagen wunderbar ich denke der kalender ist auch als mensch ganz okay die juni die jungen anflirten tue ich dich nicht irgendwas neues nö okay irgendwann muss ja dann auch echt mal alles erzählt worden sein moment bevor bevor ich das mache ich glaube hier kann man auch noch mal irgendwie was trägt und frauen hallo sehr leichter hat nicht so weit über die reine zu skyhold und wie das noch weiter ist sie entdecken oder ich versuche das passend nicht zu schmerzen ich versuche das passend nicht zu schmerzen ich habe nicht gesehen ich habe noch nie gesehen der Berater hat mich von den campen des Flüchtlings ich habe mich am helfen die Pilgrim in einfachen einfachen sehrúder schmerzen einfachen einfachen du hast dich du hast du magier sollte nicht das magier die die Das ist alles und wir sollten nicht darauf achten. Wissenschaft ist der Weg des Zukunfts. Gute Gesundheit ist keine Magik, sondern es ist eine Diät, Übersetzung und eine Balance des Humors. Wie du warst. Technisch gesehen hat sie ja recht. Ähm... Na, hier ist eigentlich auch noch was mit dem Cole, aber vielleicht muss ich den auch wirklich erst finden. Also, machen wir das doch mal. Das Ding ist nicht ein schraubes Puppet, das du in ein Pett machen kannst. Es hat kein Geschäft, hier zu sein. Würdest du das nicht sagen, wie ein Apostat? Du-du-du-dum... Das wissen wir doch schon länger eigentlich. Wenn du möchtest. Obwohl die Wahrheit etwas mehr komplexer ist. Cole, hilf mir, den Envy-Dämon. Ich habe bereits entschieden, ihn zu bleiben lassen. Das war, bevor wir wussten, was es war. Hörnungs-Dämonen mit Dämonen ist ein schnelles Weg zu einem early Grave. In Wahrheit, seine Natur ist nicht so leicht definiert. Sprich plainly, Solas. Was sind wir mit? Demons fühlen sich wie so ein kleines Kind. Ähm, ja, also wir haben dem ja schon zubestimmt und ich war ja schon von Anfang an überzeugt, dass das ein Spirit ist. Also klar, lass mir den hier mit dabei. Nur, ich werde ihn nie wirklich mitnehmen, weil der hat genau das gleiche Skillset wie unser Held hier. Also, es ist ein bisschen schade, was das angeht. Aber, ja, erklär doch mal noch ein bisschen was, bitte. Ja. 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 So viele Soldaten betrachten, um die Pilgrim zu retten, um sie zu entfernen zu können. Schmerzhaft. Ich kann nicht aus der Medizin. Aber die Kutzen mich mit jedem Herz. Schmerz, schmerz, schmerz. Alles schmerz. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich werde... Ich sterbe. Ich... sterben. sterben. Ich bin froh, dass du dich in Kohl befestigst. Hier habe ich Angst, dass du Freunde machen würdest. Jede Atme langer, als wenn du in einem wärmeren Wasser steigst. Schmerz. Der Schmerz von meiner Tochter, als ich ihr Good Night küsse. gone. Cracked. Brown pain. Dry. Scraping. Thirsty. Ja. Danke. Kiyu. Es ist okay. Sie wird mich nicht erinnern. Mal schauen, ob er uns denn genau sagen kann, was er denn eigentlich ist. Solis hat versucht, zu erklären, was du bist. Aber... Honestlich, habe ich nach einem Moment nicht zu hören. Eine Chance, dass du es erklären kannst? Ja. Es ist natürlich auch frech. Ja. 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 Ich kann helfen. Ich kann helfen. Wenn du bereit bist, könnte die Inquisition deine Hilfe nutzen. Ja. Ja. Ich helfe die Schmerzen. Ich helfe nicht. Ich helfe nicht. Ich helfe nicht. Es gibt jemanden. Ich helfe nicht. Ich helfe nicht. Ich helfe nicht. Ich helfe nicht. Oh wei. Was ist das für eine Entscheidung? Nein, du hast nicht das Recht. Du sagst, er wird noch nicht bis Stunden sterben. Aber du kannst das sicher nicht wissen. Sein Körper ist verletzt. Er könnte erheben. Oder die Geheleiter könnten ihm einen anderen Weg finden, um ihn zu helfen. Wie wissen Sie? Ich habe nicht. Und auch nicht. Das ist Teil des Lebens. Versuch. Ich will bleiben. Weiter. Jetzt haben wir hier die zwei. Vielleicht gucke ich mal auf die Karte. Solas Liliana. Genau. Die sind da drin. Da war ich auch schon. Das muss theoretisch gleich rechts sein. Und da wäre dann Beric. Und Dorian? Dorian ist noch gar nicht zu erreichen hier irgendwie. Hm. Ah. Jetzt geht es ja auf. War ich vorhin vielleicht einfach nur zu doof? Oh. Da hochklettern bringt glaube ich nix. Was ist das? So viel Raum, Ferb. Whatever was hier ist. Hm. Reden wir erstmal. Äh, reden. Ah. Lesen wir erstmal, was da liegt. Request four resources on the fate, regarding your request. As a noted partner of the inquisition, Lady Montellier has ensured our contacts are quickly to reply. The few titles on hand accompanied this letter, with the remaining en route from libraries in Val Royaux and surrounding. Archivist Bernen. Fate and Spirits Mysterious by Brother Ferdinand Genitivii. An Enchantress Observations by Anonymous, The Unholy Grace. Ah, das ist eine Liste von Büchern. Okay. So, du hast hier eine Liste von Büchern bestellt. Oh. Da ist Sauerei. Na gut. Solas. To what do I owe the pleasure? I need to know more about Corypheus. We spoke of this on our travels to Skyhorn. What more can I tell you? Cassandra and Varric seem more familiar with our adversary. You're a mage. You studied the breach. And you seem to have some idea how a bastard like this might think. I'm flattered. I claim no secret wisdom. But I will guess as best I can. I would like to know more about the orb he carries. As I said, that must be the means by which he created the breach. I suspect the blast that destroyed the Conclave was more accident than anything. The result of unlocking power that had sought release for ages. What I cannot understand is how he managed to survive such an explosion. You said that you believe the orb is Elvin. I never would have believed that a Vint a mage could unlock such a powerful relic. It clearly enhances his abilities. Giving him access to power I should never have known. Like the power to control the Archdemon. Indirectly, one assumes. Nothing in any law connects my people to the old god dragons who became Archdemons. What do you think Corypheus will do next? You shamed him when you destroyed Haven. Spoiled his glorious victory. It would be worse to acknowledge that you had done so. He must continue on his course or show weakness. He will return to his plans to throw Olay into chaos. And then conquer it for Devinta. You're sure that's what he'll do? As certain as is possible. Assuming I can plausibly predict a man who seeks to rise to godhood. And can you? The key is understanding this. No real god need prove himself. Anyone who tries is mad or lying. His deception will undo him. As it has done countless fools before. What can you tell me about the source of Corypheus's power? According to the lore, the ancient Magistars of Devinta received guidance from the old gods. Corypheus commands a false archdemon. A corrupted old god. This suggests he no longer sees himself as their minion. Some of his unique powers comes from the corruption of the Blight. The rest may come from the orb he carries. We'll talk later. Goodbye. Also in gewisser Weise ist der schon so ein bisschen wie der Architekt aus Dragon Age Origins. Der ja auch irgendwo Verderbnis und Darkspawn in sich ist, aber halt nicht willenlos. Und das trifft im Endeffekt auf diesen Corypheus auch zu. Warte mal, da ist jetzt dieser Dorian. Ich möchte erstmal schnell zu Liliana. Der Vail. Na. Lese ich jetzt nicht. Ähm. Ich freue mich nur über die Erfahrungspunkte, die ich bekomme. Oh, wer bist denn du? Bist du die neue Minerv? Ja. Ja. Ich auch. Ja. Ja. Ja, wir sind halt gerade erst eingezogen. Also von daher können wir noch ein bisschen Zeit vielleicht vergeuden. nicht, aber Geduld haben. So. Wer bist denn jetzt? Du? Oh, Inquisitor. Grüezi. Ich wurde vorhin von Sr. Liliana angemiert, um ihre Bücher in Ordnung zu halten. Ich bin so glücklich, hier zu helfen, in meinem kleinen Weg zu helfen. Na gut. Dann mach doch mal. Auf der Kaste. Auf der Kaste. Auf der Kaste. Der Leliana. Ich bin so glücklich, dass ihr Freunde sind gut. Schmupels II ist noch nicht fertig, um seine Kaste. Und dann hat er eine Kaste. Ich hatte eine Störung. Und jetzt he wines constantly. Die zwei kleine Läser sind noch ein paar. Aber gut, ich habe geschafft, zu entsprechen. Bulette ist nun der Kaste. Sie haben sich auf die Silk Ruck. Justina hat Ihnen gehalten. Hat die etwa Katzeln? Das hört sich nach irgendwie Katzeln an. Da gibt es wieder Haufen Zeit, Zeug zu lesen. Aber da gibt es halt auch so viel zum Quatschen drum. Überfliege ich das jetzt mal wieder, auch wenn ich in den letzten Folgen recht viel gelesen habe. Ich mache da jetzt mal wieder ein bisschen weniger. Ich bin sorry. So bin ich. Die Namen von denen, die wir verloren haben. Du musst mich für das bläden. Oh, ist das gemein. Nee, aber das, also, warum? Ich meine, was muss man für ein Charakter spielen, um das zu sagen? Wir haben alle gesehen, wer uns attackiert. Wir wissen genau, wer zu bläden. Ich bin immer interessiert, ob ich etwas anderes hätte tun können. Wenn die ersten von meinen Schauspielern weggefallen sind, ich zurückgebracht habe, um mehr Informationen zu finden. Wenn sie in der Flüge bleiben, sie könnten uns mehr Zeit haben. Ich bin Angst, dass ich meine Agenten verlieren. Und insofern, wir haben wir Haven verloren. Deswegen muss man nicht rücksichtslos sein. Ernsthaft. Draufhauen. Vecinius on Kalpurnia's orders, they've investigated his finances, surveyed his warehouses. I propose that you meet with Vecinius, flatter him, find out what he knows of Kalpurnia. Vecinius sounds like a Tevinter name. Born in Talo, although he claims to be from Vyrantium. He sells rare oils in amber, and prefers red wine to white. What side of the bed does he sleep on? He's unremarkable. I could not think why Kalpurnia would care. What if Vecinius is as much in the dark as we are? It never hurts to eliminate an avenue of inquiry. And we should tread lightly with the Venatori. They have contacts and spies, just as we do. The sooner you speak with Vecinius, the better. If flattery doesn't work, I'll try something stronger. As Bards said, begin with the sweetest verse. Vecinius could be your most helpful friend. I'll make arrangements for you to visit his summer home in Valrayou. Hopefully your attention should be enough to pick his interest. We'll have Kalpurnia's secrets yet. The Divine's death hit you hard. How have you been feeling? Oh, you are referring to my outburst in the Haven. I, I am much better now. Justinia was such a dear friend, and there were so many things going wrong. Things going wrong? I'm Sean. I always thought I was serving the Maker. He called me, I answered. For years, I did his work. I gave so much, and he took it all. And then he took my greatest friend. Either the Chantry is right, and he's not listening. Or he's content to be cruel. I was angry. I felt betrayed. But I shouldn't have let my emotions get the better of me. I'm sorry. As long as you do your work, I don't care how emotional you get. A practical view of things. Now, enough of this. Let us think more pleasant thoughts. I'll leave you to your work. ... ... ... ... ... ... Einfach geradeaus und... Das wäre nett, ja. Einfach nur ein Magister, aber das ist etwas anderes. In Tevinter, die sagen, die Chantry's tales von Magistern starten die Blight sind nur das. Tales. Aber hier sind wir. Ein von diesen Magistern. Ein Schmunker. Wer sagt das Imperium, dass die Blight starten? Ihr wisst, wie es ist. Nicht uns. Sie sagen, die Schmunker sind immer da. Die Magistern und die Blight sind nicht sogar beruhigt. Ist das eine Überraschung? Niemand will sagen, dass sie das Bett verraten. Aber wenn Corypheus ist einer der Magister, die die Schmunker und seine Schmunker... Wie war das mit Doktortitel von diversen Politikern? Jaja, es wird so lange zurückgewiesen, irgendwelche Anschuldigungen. Bis es einfach nicht mehr geht. So, warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz lesen, um was es hier eigentlich geht. Wir wissen nur, was Corypheus ist. Das stimmt. Wir wissen nur, was Corypheus ist. Er könnte ein Verrücker, ein Verrücker oder ein Verrücker oder ein Verrücker. Aber wie viele Verrücker der Verrücker werden das Wissen haben? Er hat die Verrückung öffert. Ich wusste, was ich überrascht kann nicht die ganze Wahrheit sein. Aber ich glaube, dass es ein Kernel muss sein. Aber nein. Es war uns alle zusammen. Wir verraten die Welt. Also, du wirst hier stehen und weinen über das dann. Ich könnte nach vorne gehen, versuchen, die Venatori zu stoppen, und eine Warnung, wenn sie marchen. Warte! Ich habe das schon gemacht. Ja, das darfst du auf jeden Fall. Aber... Genau, und das sagen die jetzt direkt ins Gesicht. Das ist komisch. Ja, weil ich meine, theoretisch könnte ja wirklich ein Spion einfach so sein, ne? Also, was, was, was sein äußeres Auftreten angeht, da hat er so ein bisschen was gemeinsam mit dem Vivian. Die ist da auch sehr darauf bedacht. Ja. 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 Ja, danke, schätze ich mal. Hast du noch irgendwas? Ja. Rogerick, das Chantry-Feller, das über den Armgen hat sich aus dem Haisten, Manya. Du weißt, dass er sterbe hat, wunschst. Wir mussten uns so weit wie die Kampel und dann... das war es. Ich kann nicht sagen, dass ich fühle mich über das Gefühl fühle mich. Es war... Es habe gehört. Ich wollte ihn marchen. Er... hat über dich ein paar Mal haben. Er nur brauchte sicher, dass du im Draste gewählt hast. Er bemerktet hat, was es bedeutet. Und jetzt können wir sagen, er war ein guter Mann. Ja, so von der Art und Weise her ist das wahrscheinlich doch schon glaubwürdig, dass er sich so gewandelt hat. Allerdings, die Art und Weise, wie es dazu kam, fand ich natürlich ein bisschen doof. Aber das ist jetzt natürlich auch einfach echt nur meine persönliche Einstellung gegenüber sehr gläubigen Menschen. Naja. Danke, dass du mir darüber erzählst. Ich dachte, es war wichtig. Ich glaube, das war ziemlich viel. Ich glaube, das war wichtig. Ich glaube, es war wichtig. Ich weiß nicht, dass ich nichts über dich weiß. Ich bin ein Mage von Tevinter, du sagst? Ich bin ein Mage von Tevinter. Ich bin ein Mage von Tevinter, ja. Ich bin ein Mage von Tevinter. 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 Tevinter. Tevinter ist woher Thedas wirklich begann. Ich bin ein Mage von Tevinter. Ich bin ein Haüler. Ich bin ein Mage von Tevinter. Ich bin ein Mage von Tevinter. Du kannst es nicht überleben, was in der Show Oder geabschiedet ist. Und es ist mir eine Mage von Tevinter. Ich würde es nicht so viel missen. Warum bleiben Sie mit der Inquisition? Warum nicht zurück nach Devinter? Ich bin nicht wirklich willkommen zurück nach Hause. Nicht, dass es wichtig ist. Ich bin ziemlich verwendet zu sein. Das ergibt mich an meinen Charme. Ich kann mehr für Devinter hier machen. Wenn die Venatorie erläutern, dann wird meine Lande zurück 1000 Jahre zurück. Ich bin sicher, dass einige Magister nicht mehr. Aber das ist, weshalb wir sie töten. Ich glaube, ich habe genug gehört. Das ist zu schlimm. Ich bin niemals über mich zu sprechen. Ja, das hört sich definitiv auch so an. Ich bin interessiert, warum warst du in Redcliffe in den ersten Platz? Ich habe einen alten Mentor meiner. Ein Magister im Namen Alexius. Ein guter Mann. Ich habe immer sehr über ihn gedacht. Dann fragte er einen Tag mich, um die Venatorie zu sein. Ich weiß nicht, was er dachte. Er wusste, dass ich mich für Tevinter verändern wollte. Ich habe ihn nicht überrascht. Ich habe ihn nicht überrascht. Die Venatorie verraten Alexius. Ich habe ihn nicht überrascht. 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 Stopp ihn. Oh, du denkst, dass du so großartig unterstützt bist gegen Corypheus? Wenn du mir leidst, ja. Ich habe jede Menge Grund, um meine Leben auf der Linie zu stellen. Corypheus ist... war ein Magister. Er representiert alles, was schmuck und schrecklich in meinem Land. Ich... muss ich mir helfen. Selbst wenn ich auf den Seiten stehe, ich werde es tun. Ich muss wissen, dass er schuldig ist. Wenn das für dich sinnvoll ist, dann sag ich mir, zu gehen und ich werde es tun. Nein, 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 nein. Also ich möchte ihn schon definitiv hier dabei haben. Excellent. Dann lasst uns das nicht weiterverlangen. Ja, ich mache jetzt hier Schluss. Ich denke, wir haben viel geredet. Beim nächsten Mal geht es dann, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt und mir irgendwas anderes einfällt, zu Beric und dann auch zu Hawke. Ich denke, das kann ich soweit schon verraten. Ich habe das auch schon ein paar Mal verraten, glaube ich. Und das ist mittlerweile ziemlich sicher. Und ja, wie es dann von da aus weitergeht, weiß ich noch nicht. Das muss ich dann mal schauen. Vielleicht probiere ich es dann wirklich das erste Mal, den Drachen in den Hinterlands zu bekämpfen. Das werden wir dann sehen. Aber bis dahin, ciao und danke fürs Zuschauen.